Hallo zusammen, mich ist wieder Outschela und wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und soll ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns bei den Koreanern besorgen können. Und dazu habe ich mir meinen Twink mal ein bisschen hochgespielt auf Stufe 60 und habe bei den Koreanern angeheuert. Und sobald wir das gemacht haben, können wir einmal hier in die lysische Festung. Und hier sind wir dann einmal im unteren Bereich. Und zwar hier laufen wir unten rein und dann befinden wir uns hier in diesem kleinen Räumchen. Ihr seht, da hinten ist diese Plattform, diese hier, also hier unten rein. Dort haben wir einen Händler und der schimpft sich Adjutant Galos. Und dieser verkauft uns dann ein Toy und zwar einen koreanischen Ruhestein. Den können wir kaufen für 750 Anima, aber erst dann, wenn wir eine gewisse Ruhmstufe erspielt haben. Und zwar müssen wir auf, ich meine, Ruhm 11 kommen. Gehen wir mal hier durch. Ruhm 11, genau. Hier seht ihr, da schalten wir den Koreaner Ruhestein frei. Und den wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich habe nämlich euch schon zwei andere gezeigt. Einmal den von den Necolords und von den Venthyr. Jetzt den von den Koreanern. Und demnächst bemühe ich mich dann auch noch mit meinem Night Feature. Und dann schauen wir uns den auch noch an. Ich würde sagen, wir lernen den einmal. Koreanischer Ruhestein. Und dann gucken wir mal rein. Da haben wir schon einen koreanischen Ruhestein. Wir stellen uns mal hin, wo wir uns gut das angucken können. So, und dann benutzen wir den mal. Wenn wir den benutzen, dann ist es einfach wie ein ganz normaler Ruhestein. Wir können uns den auch in die Leiste ziehen. Und ihr seht schon, jetzt haben wir eine neue Animation vom Ruhestein. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und ja, ich würde sagen, das brechen wir jetzt aber ab. Ich will mich nicht wegporten. Das ist es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Ihr habt mit diesem Ruhestein nicht die Möglichkeit, euch extra hierher zu porten. Sondern es portet euch einfach dorthin, wo ihr euren Ruhestein hingesetzt habt. Ihr könnt dann euren Ruhestein auch theoretisch wegschmeißen. Und einfach nur immer diesen Zauber benutzen. Dann habt ihr einen Inventarplatz mehr frei. Okay, ja, das war es eigentlich auch schon von dem kleinen Toy Guide. Wie gesagt, ihr braucht den Koreaner-Char. Dann müsst ihr auf Room 11 kommen. Und ihr müsst dann noch 750 Anima euch erspielen, um das Ganze kaufen zu können. Bei dem Händler gibt es übrigens dann noch einen Haufen andere Sachen. Unter anderem können wir uns Mounds, Pets, Transmog, eine Waffenillusion und vieles mehr holen. Ihr seht, hier gibt es auch noch mehr Mounds. Das schauen wir uns dann aber bei gegebener Zeit an. Da muss ich erstmal noch ein bisschen dankbare Gaben farmen. Beziehungsweise einiges an Anima. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns im nächsten Toy Guide Video wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.